Hallo und herzlich willkommen bei Vergleich Test 2020. Ich bin dein persönlicher Kaufberater Roby. In diesem Video zeige ich dir die drei aktuell besten Gasgrills die es zu kaufen gibt. Fangen wir an mit dem günstigsten Modell dieser Reihe. Der ProfiCook PC Grundgesetz 1057 Gasgrill verfügt über drei jede Stahlbrenner, die sich individuell regulieren lassen. Somit erhältst du die Möglichkeit kinderleicht perfekte Grillspezialitäten zu kreieren. Zwei hochwertige Seitenablagen dienen als Fläche für ihre Grillutensilien. Natürlich sind diese auch klappbar um mehr Platz auf Balkon, Terrasse oder im Garten zu schaffen. Im praktischen Fettaufangbehälter sammelt sich austretender Fleischsaft, den du ganz einfach entfernen und ausleeren kannst. Du hast die vollständige Kontrolle über deine Köstlichkeiten mit individuell regulierbaren Heizzonen. Fertige Speisen können bequem auf dem großen Edelstahl-Warmhalterst platziert werden. Mit der internationalen Temperaturanzeige in Grad Celsius und Fahrenheit, integriert in der hochwertigen Edelstahlhaube, hast du die Temperatur deiner Köstlichkeiten stets im Blick, und kannst punktgenau grillen. Im großen Gehäuseschrank von ProfiCook mit Tür und Magnetwaschluss findet sich genug Platz, zum Beispiel für eine 5 kg Gasflasche. Der ProfiCook ist der perfekte Einsteiger-Gasgrill für den kleinen Geldbeutel. Davon sind auch über 422 Kunden überzeugt. Diese bewerten den ProfiCook mit 4 von 5 möglichen Sternen. Kunden sind durchweg zufrieden und sagen zudem, guter Grill zum günstigen Preis. Außerdem berichten Kunden. Hält mehr als er verspricht. Sehr solide, alles passt und funktioniert. Der ProfiCook Gasgrill gefällt dir? Weitere Informationen findest du in der Videobeschreibung. Wenn es ein wenig hochwertiger sein soll, ist der Taino Red Grillwagen genau das Richtige. Der Taino Gasgrill lässt keine Wünsche offen und sieht zudem sehr schick aus. Der Taino besitzt mehr Funktionen als der ProfiCook. Beispielsweise den integrierten Flaschenhalter für das kühle Bierchen, ein neues Design der Drehknöpfe, verbesserte Edelstahlbrenner, eine angenehmere Arbeitshöhe und einen praktischen Flaschenöffner. Alle Brenner sind stufenlos regelbar und verfügen über eine Pizzuzündung. Eine Temperaturanzeige ist im Deckel integriert. Über 227 Kunden bewerten den Taino Gasgrill mit 4,5 von 5 möglichen Sternen. Kunden sind durchweg zufrieden und sagen zudem, für Grillliebhaber jeden Cent wert. Außerdem berichten Kunden. Sehr gute Qualität. Überzeuge dich selbst. Weitere Informationen findest du in der Videobeschreibung. Abschließend haben wir das Königsmodell unter den Gasgrills hier. Das ist der Enders Gasgrill Monro 3 SIG Turbo. Erlebe die Oberklasse der Grillgeräte im modernen Design und mit vielen praktischen Eigenschaften. Mit viel Liebe zum Detail verarbeiteten, hochwertigen Materialien und beeindruckenden Leistungsmerkmalen ist der Enders Gasgrill das Gerät für ambitionierte Griller. Die Serie überzeugt mit der unverwechselbaren Enders Turbozone, einer großen Ausstattungsvielfalt. Der Kocher kann ebenfalls am Hauptbedienelement gesteuert werden, das sorgt für noch mehr Grillkomfort. Dieser Gasgrill stellt alles Vorherige in den Schatten. Über 221 Kunden bewerten den Enders Gasgrill mit 4,4 von 5 möglichen Sternen. Kunden sind durchweg zufrieden und sagen zudem, super Grill. Ich habe mich für den Enders Gasgrill entschieden, weil er ein super Preis-Leistungsverhältnis hat. In der Preisklasse gibt es nichts Besseres. Außerdem berichten Kunden. Guter Gasgrill und super Service. Weitere Informationen findest du in der Videobeschreibung.